Hallo und herzlich willkommen zu Dann eben anders. Mein heutiger Gast ist ein bekannter Schauspieler und er sagt von sich selbst, mein Drogen- und Alkoholkonsum klick viele Jahre lang einem schleichenden Selbstmord. Und wie er da rausgekommen ist, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hier ist Markus Majowski. Hallo. Hallo liebe Nati. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Markus, du hattest deinen ersten Kontakt mit Drogen bereits im Alter von 15 Jahren. Wie kam es denn dazu? Ja, wir hatten an der Schule einen Dealer in einem Berliner Gymnasium und das war etwas ungünstig. Die Eltern wollten es erst nicht wahrhaben und ich bin sozusagen da mir selber schon sehr früh begegnet, was passiert, wenn die verdrehte Wahrnehmung schlimmer wird. Denn mit Drogenkonsum bricht die Krankheit aus. Es kann sein, dass ich vorher schon die Krankheit in mir hatte, also die Krankheit Sucht oder meinetwegen auch Alkoholismus. Und dann wird es schwierig. Also ich erinnere mich noch genau, es war Mathematikstunde und ich hatte meinen ersten Joint geraucht. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Eine schizoide Droge. Alle Drogen sind für mich nicht gut. Und dieser Joint führte dazu, dass ich dann in der Mathematikklasse zunächst einmal eine Grenzüberschreitung machte. Ich konnte eine Differenzialgleichung lösen und der Lehrer sagt, ach, sehr interessant. Also haben wir ja noch gar nicht durchgenommen und so weiter. Und was ist denn hier aber? 5x5 ist doch nicht 36. 5x5, wenn du das korrigierst, kommst du genau auf den Weg. Und dann fing ich an zu lachen und habe gesagt, 5x5 ist nicht 36. Ach nein, also völlig durcheinander. Und von da an ging es dann in der Schule auch bergab. Und ich habe lange nicht gewusst, wie ich das ändern kann und habe mir erst sehr viel später Hilfe geholt. Und den Höhepunkt deiner Sucht, den hattest du ja dann, als du auch im Fernsehen schon sehr präsent und sehr bekannt warst. Du hast damals die 33 beispielsweise gedreht oder auch bekannte Telekom-Werbespots. Wie muss ich mir das vorstellen? Warst du in der ganzen Zeit dann eigentlich immer auf Drogen, wenn du sowas gedreht hast zum Beispiel? Nee, Gott sei Dank nicht. Also man würde beinahe sagen, vielleicht Quartalsdrogennehmer oder Quartalssäufer. Andererseits, ich könnte es gar nicht so genau definieren, aber ich war während der Arbeit nie drauf. Ich habe immer die Nacht zum Feiern genutzt. Und das ist insofern schwierig, wenn du nachts viel konsumierst und vielleicht erst um drei oder vier Uhr morgens aufhörst damit, dann bist du natürlich um morgens um neun noch nicht ausgenüchtert. Und vor allen Dingen deine Persönlichkeit verändert sich immer mehr. Das war bei mir eben auch der Fall. Und dadurch, dass ich eben relativ viel Freiraum mir geschafft habe, durch den Erfolg im Beruf, hatte ich dann auch so drei bis vier Monate im Jahr Zeit, wo ich gar nichts machen musste. Und das war dann die Feierzeit und dadurch ging es immer mehr bergab. Was ich mich auch gefragt habe, auch gerade beim Lesen deiner Autobiografie, welches Gefühl hatte ich zu den Drogen getrieben? War es mehr ein Gefühl von Minderwertigkeit oder war es mehr ein Gefühl von Allmacht? Nach dem Motto, ich kann mir alles leisten. Minderwert oder Allmacht kommt so ein bisschen auf die Droge an. Also Kokain ist Allmacht und so weiter. Da ich weiß, dass ich die Krankheit Alkoholismus habe, weiß ich auch, dass ich da eine allergische Reaktion habe. Das heißt also, wir, die wissen, dass wir diese Krankheit haben und uns ein bisschen damit beschäftigt haben, wissen, dass vor allem eben dieses nicht aufhören kann, sich dicht machen, die Folge einer allergischen Reaktion ist. Und insofern kann ich sagen, dass ich psychisch dachte, der Alkohol und die Drogen wären mein Freund. Die machen mich entweder stärker oder ruhiger oder eben überlegen. In Wirklichkeit war das aber eine Begegnung, die irgendwann schief gehen musste. Da ich die Krankheit habe, führt sie entweder zu Gefängnis, Anstalt oder Tod. Weil es gibt, wenn man diese Krankheit hat, dann gibt es kein gepflegtes Konsumieren, sondern einen schleichenden Selbstmord. Ich weiß aber auch, um deine Frage noch konkreter zu beantworten, dass ich ungewöhnlicherweise immer ein bisschen auch Angstzustände hatte, wenn ich drauf war. Vor allen Dingen bei Marihuana. Es hat mich so verwirrt und ich habe gespürt, dass die Droge mein Talent zerstört. Und wann kam bei dir denn der Punkt, dass du gemerkt hast und auch zu dir gesagt hast, so geht es nicht weiter, ich muss was tun? Erste Station, glaube ich, war, dass ich nichts mehr bei mir behielt. Also wenn wir jetzt über das Thema Alkohol reden, ich war polytoxisch unterwegs, habe das kombiniert mit anderen Drogen und ich hatte Angstzustände plötzlich, als ich merkte, dass ich nicht mehr mit und nicht mehr ohne konnte und nichts mehr drin behalten, heißt, ich habe vom Magen her und vom Magen-Darm-Trakt reagiert und bin damals in eine Klinik hier in Berlin, die Havelhöhe prädestiniert für Suchterkrankungen hat, aber auch eine Gastroenterologie. Ich habe den Professoren bei der Einlieferung, was auch immer, weismachen wollen, dass ich schlechten Käse hatte und dass auch der Wein etwas verdorben war und die haben mich nur belächelt. Nach zwei Wochen haben sie dann endlich mal mit der Sprache rausgerückt und haben gesagt, ich glaube, sie sind Säufer. Und da war ich 33. Aber ich fühlte mich nicht, ich wollte nicht Alkoholiker sein, ich wollte nicht abgestempelt werden. Und hast du dich als Alkoholiker gefühlt oder nicht? In dem Moment noch nicht, mit 33 noch nicht. Ich bin dieses Jahr, wir haben 2018, im August, so Gott will, zehn Jahre trocken und clean. Man kann auch sagen, beides ist dasselbe. Feierst du sogar deinen Geburtstag, deinen Trockengeburtstag? Ich feiere meinen zweiten Lebensgeburtstag, neuen Geburtstag am 4. August, genau immer. Und ich fühlte mich noch nicht zugehörig, also zu irgendwas, so was wie, ich suche jetzt mal Hilfe und gehe und halte Ausschau nach den Leuten, die vielleicht ein ähnliches Problem haben wie ich. Da hatte ich noch keinen Mut zu. Und wann war der Punkt wirklich erreicht, dass du auf die Kraft aufbringen konntest? Ja, die Kraft aufbringen konntest. Die Kraft konnte ich erst aufbringen, als ich keine Kraft mehr hatte. Und dann habe auch ich die nicht aufgebracht, sondern das, zu dem ich gebetet habe. Also in dem Fall Gott? Ja. Es ist so, um niemanden zu verschrecken, sage ich auch sehr gerne, man kann dazu höhere Macht sagen. Man kann auch erst mal so tun, als ob man zu etwas betet. Hört mich da jemand, ja? Ich kann nicht mehr jetzt, hör auf, mich zu malträtieren. Oder wenn es dich gibt, Gott, dann hilf mir jetzt. Und ich muss dazu sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt am 4. August 2008 bereits bei den Anonymen Alkoholikern aufgeschlagen. Also eine Selbsthilfegruppe? Eine Selbsthilfegruppe, genau. Also die Selbsthilfegemeinschaft, die Zwölfschritte-Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker. Wie bist du da hingekommen? Ich hatte vorher eine Klinik aufgesucht, um eine Therapie zu machen. Und da hatte mir der Professor genau diesen Satz gesagt, es ist, glaube ich, ganz gut, Markus, wenn Sie an Tische sich setzen, wo Leute sind, die das gleiche Problem haben wie Sie. Und das war das Gute. Ich bin damals in Ostfriesland, oben in Oldenburg und Rostrup, in mein erstes Zwölfschritte-Meeting gegangen. Und das war so eine ganz entspannte Atmosphäre des Zuhörens, des Vertrauens. Das ist es auch heute noch. Du gehst also heute auch noch dahin? Ja, ich gehe auch heute noch dahin. Also ganz entgegen allen Klischees, so etwas wie Zwang oder so etwas wie Verschrobenes im Kreis sitzen oder so. Sondern das ist sehr viel Respekt, sehr viel Liebe. Und im besten Falle auch sehr, ich sage jetzt mal, sehr jung. Weil das Gute bei unseren Zwölfschritte-Gemeinschaften ist, dass immer mehr junge Leute dazu gekommen sind. Und da stellt man sich zu Recht die Frage, wir Älteren haben vielleicht, ich konnte ja erst mit weit über 40 aufhören, 10, 15 Jahre Hölle erlebt. Und da kommt ein 19-Jähriger, 21-Jähriger und sagt, ich will aufhören damit. Ich will aufhören. Und dann kommt es auch zu einem spirituellen Erwachen. Und der Kernsatz meines spirituellen Erwachens ist so ähnlich wie bei dem Gründer, dem Alkoholiker Bill aus New York, dass ich festgestellt habe, dass es heilsam ist und mein Arsch rettet, wenn ich die Botschaft weitergebe. Was auch wiederum viel mit dem Glauben zu tun hat, weil es ja auch um Nächstenliebe geht. Es geht ja da um gegenseitige Unterstützung, sich gegenseitig helfen, gegenseitig auch verbunden sein, in liebevollem Kontakt. Ja. Also kann man sagen, dass dir zum einen der Glaube, zum anderen die Selbsthilfegruppen maßgeblich geholfen haben, da rauszukommen. Richtig. Richtig. Es ist die Liebe. Die Liebe, die allumfassende Liebe, die in allem steckt. Und es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und die helfende Hand, die ausgestreckt wird, nimmt deine Hand. Und das ist toll. Ich fühle mich zugehörig. Ich bin im Kreise von Menschen, die das gleiche Problem haben wie ich. Ich konnte sogar mein Ego so weit minimieren, dass das völlig unwichtig ist, plötzlich, ob man nun prominent ist oder nicht. Es hat ja auch nie jemand was über dich verlauten lassen. Niemand weiß über deine Probleme aus einer Selbsthilfegruppe. Also das ist auch ein Kreis. Und alles, was gesagt wird, bleibt auch in diesem Kreis. Exakt. Das ist die Garantie. Und zu Beginn deines Show Wheels sagst du einen Satz, den du von Wilhelm Busch zitierst. Liebe ist der Inbegriff, auf alles andere pfeif ich. Ist das jetzt auch dein Lebensmotto? Das ist vor allen Dingen das Lebensmotto, glaube ich, desjenigen, nämlich Wilhelm Busch, der in dem Moment das geschrieben hat. Mein Lebensmotto ist nur für heute. Auch ein Spruch, den man auch aus der Selbsthilfegruppe hat. Also mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nichts Besseres ein, aber das ist das, was mir mein Leben gerettet hat. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, wir haben ja hier noch einen dritten Interviewpartner, der allerdings das Interview verschlafen hat. Wer ist denn das? Das ist Tobi. Tobi ist ein Havaneser, er ist zehn Monate alt. Und der kommt sogar auch mit in die Meetings. Und Tobi ist von Hause aus ein Therapiehund. Ach, schön. Also das heißt, du machst auch heute in deinem Alltag immer noch wieder Dinge, die deine Therapie und deine Genesung unterstützen. Weil es ja ein stetiger Prozess ist wahrscheinlich. Einmal das. Und wir gehen eben auch, wir machen Service in Krankenhäusern, in Suchteinrichtungen. Wir gehen da hin und wir erzählen von unserem Leben. und es sitzen ein paar Süchtige, die etwas für sich tun wollen. Und dann stellen wir AA oder NA vor. Und der Tobi wird mit mir mit ziemlicher Sicherheit eine Ausbildung machen, sodass, wenn ich ihn mitnehme in solche Einrichtungen, wo es dann nicht nur um Sucht geht, sondern vielleicht auch um Sterben und Leben oder Leben wegen einer anderen Krankheit, dann kann man mit diesem Hund schmusen, man kann ihn in den Arm nehmen. Das ist der Sinn eines Therapiehundes. Das heißt, er ist nicht nur für mich da, sondern Tobi verschenkt sich auch an andere Menschen. Schön. Vielen Dank für dieses sehr interessante und vor allem auch sehr offene Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ganz viel Kraft für deinen weiteren Weg. Für dich auch, Nadine. Das war die aktuelle Ausgabe von Dann eben anders mit Markus Majowski. Alle Infos zur Sendung gibt es im Internet auf www.dannebenanders.de und für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich war alleine Ewigkeiten, aber jetzt geh mir diesen Weg zusammen. Ich war alleine Ewigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020